So, hallo, jetzt ist ein kleines Video da auf YouTube und zwar wie jeden Mittwoch oder Donnerstag kündige ich euch ja unser große Wochenmatrix an auf Vimeo. Wir haben ja letztens gesagt, wir machen das eine große Thema jetzt und stellen es auf Vimeo ein. Und ja, worum geht es denn da? Die ein oder anderen wissen es ja schon, die, die neu sind, wissen es noch nicht. Wir haben alle 36 Karten gemischt und aufgelegt und da geht es jetzt um Dinge wie, ja hier, das Ereignis der Woche. Sieben Karten, sechs Karten, das Ereignis der Woche. Dann haben wir hier die allgemeinen Beziehungen. Dann haben wir den Beruf. Dann haben wir etwas für die Singles dabei. Dann haben wir deine Aufgabe der Woche. Das ist ein Impuls für dich, worum es dir geht. Ja, Partnerschaft, auch jetzt nicht in Bezug auf einen Partner, den du hast, sondern allgemein dein Umfeld, deine Mitmenschen, was da für Impulse sind, was in der Woche so in den verschiedensten Bereichen des Lebens an Energien auf dich wartet und was da auf dich zukommt. Ja, und da möchte ich euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen und wünsche euch viel Spaß. Der Link zum Video ist immer unten in der Infobox und wir sehen uns auf der anderen Seite. Kamerafrau, stopp!